Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Rhino-Ironskin-Bild zeigen und wir legen einmal los. Dieser Bild kommt auch wieder mit drei Formen aus. Es ist natürlich möglich, ihn noch weiter upgraden zu können, aber dazu später mehr. Wir gucken uns einmal den Bild einzeln an. Wir haben wieder als Aura-Mod Growing Power, was wieder heißt, durch einen Statuseffekt, der durch unsere Waffen verursacht wird, bekommen wir für sechs Sekunden plus 25% Fähigkeitenstärke dazu. Dann haben wir Power Drift mit plus 15 Fähigkeitenstärke, plus 30% einem Knockdown zu widerstehen. Dann haben wir plus 45% Armor, dann plus 110% Armor, plus 99% Fähigkeitenstärke, minus 55% der Fähigkeiteneffizienz, plus 30% Fähigkeitenstärke, plus 55% Fähigkeitenstärke, minus 27,5% Fähigattendauer. Dann haben wir als besonderen Mod noch Iron Shrubnel drin. Der sorgt dafür, dass unser Iron Skin immer wieder gecastet wird. Wir brauchen dadurch nicht mehr abwarten, bis er wirklich auf Null gelaufen ist, sondern können ihn zwischendurch schon einfach wieder aktivieren und auf Voll setzen. Und machen dadurch noch für den restlichen, ja wie soll ich sagen, für die restliche Rüstung, die noch nicht aufgebraucht worden ist, an dem Gegner dann auch noch Schaden im besten Fall. So, dann gehen wir weiter. Plus 60% Fähigkeiteneffizienz, minus 60% Fähigkeitenlaufzeit. Das ist nicht so schlimm, weil wir das, ja, in dem Fall nicht brauchen, da die Fähigkeit sowieso einmal gecastet wird und ihr dann die zusätzliche Rüstung habt und die Fähigkeitendauer in dem Fall komplett uninteressant ist. Plus 30% Fähigkeiteneffizienz nochmal und zu guter Letzt, ja, den hatten wir ja eigentlich schon, die plus 110% Armor. Die Armor, beziehungsweise Stärke brauchen wir in dem ganzen Bild, weil die dafür sorgen, dass der Iron Skin oder die Iron Skin Fähigkeit überhaupt erst auf diesen hohen Wert kommt, den wir uns gleich einmal angucken. Aber zuvor einmal, damit ihr hier nochmal den Überblick habt, wir haben eine Zeit von 12% nur noch, also Fähigkeitendauer, aber wie ich schon sagte, ist das halt für den Iron Skin völlig uninteressant, da sie einmalig gecastet wird. Effizienz von 135%, damit wir ihn möglichst oft im Zweifelsfall casten können, weil wir ja durch das Iron Shrub Nail ihn jederzeit wieder auf höchsten Stand bringen können. Deswegen sollte er natürlich möglichst günstig sein. Reichweite brauchen wir auch komplett gar nicht, ist bei diesem Skill nicht von Nöten. Und dann natürlich unsere Stärke, die brauchen wir wieder, weil die mit der Rüstung berechnet wird. Darum auch 209%. Dann gehen wir einmal in die Übersicht zu den Fähigkeiten und schauen uns einmal Iron Skin an. Da sieht man schon, er kostet jetzt nur noch 32 Energie pro Mal, wo wir ihn casten, wenn wir uns das ohne Mods einmal angucken, normal würde er 50 kosten. Deswegen ist schon mit 32 sehr günstig. Dann können wir auch einmal kurz vorher, ohne Mods, ohne alles, hätten wir eine Armor von 1887,5. Jetzt kommt es mit Mods, dadurch, dass wir Armor und die ganze Stärke drin haben, sind wir bei 8827,9. Die Zeit, die wir unverwundbar sind, ist, die kann man nicht verändern. Also die wird immer bei drei Sekunden bleiben. Es bringt nichts, wenn ihr irgendwie versucht, Mods reinzupacken, um diese Zeit zu erhöhen. Die bleibt immer gleich. Ihr könnt lediglich die Armor erhöhen, indem ihr mehr Stärke bzw. mehr Armor bei euch reinpackt. Dann können wir uns einmal noch die Übersicht so angucken. Und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, wie immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder irgendwie meint, das würde ich ganz anders machen, einfach nur schreibt es gerne in die Kommentare. Über ein Like wie auch über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann erstmal. Tschüss! Musik Musik Bis zum nächsten Mal.